was in dieser folge geschehen wird die waffe ist auch gar nicht aufbaut oder so ein 1 1 freunde diese dinge paschen hart digga gg bro gg wurde verzeih mir aber weil ich aber der echte bin muss das natürlich so sein wieder wir wissen ja tätig ist seit gefühlt 10.000 jahren nicht mehr am start freunde muss halt auch wirklich sagen wir haben ja so einen kleinen aber fein hätte der satz und zwar agency freunde agency hat halt ähnliche aspekte von tilt muss man dann aber ganz klar sagen es ist halt relativ zentral es gibt ein babalut dort landen eigentlich auch immer mehr viele leute da ist einfach ein spot der geil ist und ja aktuell war wegen der komischen sollte ich das mal 100 mal drauf landen soll natürlich weniger als wahrscheinlich wie es sonst wäre aber ich denke es trotzdem immer was los hier oh gott oh gott oh gott oh gott ich weiß was groß ist es tut mir leid brauche ich bin was soll ich machen digga so mit drei kills direkt ist nicht leichter komm ein bisschen viel los muss ich gegeben ein bisschen viel los ich werde mich jetzt aber gleich tarnen freunde das ist mein plan und dann gucken wir gleich weiter scheiße digga mein linker stick ich habe gerade schokolade gegessen hat er richtig geklebt ich schwörst du was war das gerade ich konnte nichts machen auch gar nicht wenn ich so klebrig sind ja zu viel schokolade gefetzt okay aber gesunde schokolade bist aber jeder alle ich das auch aber so weit weit scheiße ich höre schon das trommel gewähriger ich checke doch immer nie wo die gegner sind digga es ist halt einfach zu viele ebenen bis dass meine vier kids ist schon strong ja es geht noch mehr freunde es ist halt einfach mal viel los hier ist es muss ja sagen es ist halt echt wenn man gerade hier rüber fliegt viel los oh gott also sind dick am feiten ist auch gerade alle auf der standard ebene sag ich mal kommt schon digga ich will jetzt hier einfach ganz immer raus der wohnung in den kopf zu stoßen komm komm oh mein gott ja ich brauche ich brauche nichts machen ja so viel selbst alter ab dem gehört das problem ist wir noch den hier ah ja man nimm dir das me boi digga komm her gib mir deine drum gun gib mir dein schatz die mei lud so schön sechs kids alter wenn das mal nicht fettes irgendwelche gegner ist noch eine chance of free auf können ja man wir werden noch gegner ja egal was ein gottes nam ich glaube ich muss mal einfach den Biggie reinpfeffern, weil ich will das nicht spielen, Digga. Ich will hier nicht spielen, Freunde. Ich brauche gleich eine gute AR. Er gönnt sich den dicken Loot auf jeden Fall. Dreckiger. Komm her, komm her, komm her. Dreckiger. Oh mein Gott, ich hab doch genau auf seinen Kopf gezielt. Wie konnte der nicht treffen? Digga, ich fand, da war eigentlich knackig. Hab ich gar nicht gecheckt. Naja, die Chess nehmen wir auf jeden Fall absolut mit. Kommen schon Minis. Ah, schade, Digga. Naja, sieben Kills und es hört nicht auf, Digga. Also, wenn das nicht so Tilted-Feeling ist, ne, dann verstehe ich echt die Welt nicht mehr. Dann heißt es auch echt wieder Frank Geraldine. So. Jetzt wird sich erstmal gegönnt hier. Ja, ziemlich ruhig, aber diese... Ah, nee. Hier hat schon jemand vorgesorgt, Digga. Hier hat schon jemand alles hier kaputt gemacht. Nicht schlecht, Digga. Also, jemand war fleißig, aber er hat aber die Karte nicht gehabt. Was ist das meine? Hier hat nur Apoidee, Digga. Aber es geht ab. So. So. Oh. Ja, ist... Okay. Ja, moin. So ist... Ja. Das ist, glaube ich, der schlechteste Loot, den ich hier so gesehen habe. Aber ich... Okay. Okay, halt. Kann man machen. Warte. Ja. Ist halt absoluten Müllhaufen-Loot, aber... Ja. Moin, ne? Was soll ich noch sagen, Digga? So viele tausend geschaltdämpftes Gas und geschaltdämpftes Sniper. Komm, die nehmen wir mal mit. Ist halt auch echt nicht jetzt... So heftig der Loot gerade hier. Ist halt echt moin, ne? Aber naja, Freunde. Man soll ihn auch nicht beschweren. Reicht auch, ne? Ey. Warte, 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 warte. Wen hören wir denn hier? Ah. Aha. Aha, 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 aha. Ja. Die Waffe ist auch gar nicht overpowered oder so. Nein, 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 Freunde. Gar nicht overpowered. Die ist ja übertrieben krank. Okay, was soll ich mitnehmen? Tun wir die Sniper weg? Eigentlich gar keinen Bock, die Sniper wegzutun. Ich bin eigentlich so der Sniper-Experte. Rocket Launcher eigentlich auch nicht schlecht. Eigentlich vom Ding haben wir es genug Metz, um unsere Waffe aufzupunchen. Aber ich habe irgendwie voll vercheckt, wo dieses Packet Punch ist. Bin ich ganz ehrlich. Wo, 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 wo. Alles cool, alles cool. Ich bin ein Kollege, ich bin ein Kollege. So. Irgendwo muss ein Packet Punch sein. Ich schwöre es euch. Aber hier ist erst mal eine chest. Gön mir. Noch ein Wiggy. Gön mir. Oh, wir hören, Gegner. Oh, ich habe echt gar keine Zeit mehr zu spekulieren, Digga Ich habe vergessen, wo Packet Punch ist Warum lass mich raus? Ich habe Gegner gehört Wait, wait, da hinten, da hinten sind die Oh, die sind nicht weit entfernt, Digga Aha Der war so dreckig, Digga Der war so ab Normal dreckig, okay Also ich kann meine Waffe jetzt hochpunchen, hochleveln Ich habe auch genug Metz Ich habe halt einfach nur vercheckt, Digga, wo die Upgrade Station ist Bin ich jetzt einfach ganz ehrlich, Freunde Ich bin ganz ehrlich, ich habe es absolut vergessen, Digga, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich habe es halt nicht mehr im Kopf, Digga Irgendwo war es doch Wo war nochmal die Upgrade Station? Warte Irgendwie hier und dann Also irgendwie so, ah, komm, Red, Digga Jetzt hast du es gespeichert für immer und ewig, Digga Okay, Freunde Dann haben wir den Hasen Ja, das reicht doch erstmal Aber erst mal ein paar nice Waffen hier Bin auch absolut zufrieden damit Was mir so ein bisschen fehlt ist, so der Grappler Ich finde so, da fehlt mir so ein bisschen die Dynamik Aber ich bin heute so ein bisschen auf Tilted angelehnt Ihr wisst, Tilted, die Sonne ist immer dann Tilted so Jetzt aktuell gerade nicht, Vorführeffekt sein Onkel Aber wir haben auf jeden Fall hier erstmal unsere entspannte Phase gehabt Wir waren in der Anfangszeit hier mit Mit Season Game waren wir quasi hier Jetzt können wir eigentlich entspannt mit gutem Gewissen eigentlich auch wegsteppen So Dann würde ich sagen, kreimen wir uns einfach das Boot hier vorne Wo es gibt ja Ich hätte auch ein anderes nehmen können, aber Wayne jetzt So, und dann gehen wir Richtung Frenzy Farm oder was Ja, so sieht es aus, Freunde Wir haben auch neun Kills, was eigentlich recht stramm ist, Digga So, und wir haben zwei Biggies, drei Minis Super loot eigentlich, wirklich super loot Komm Schön Richtung Zone auf entspannten Hasen, Digga Schön mal ein Fluss, Digga Man kann ja mittlerweile nicht mehr so boosten, Digga Schade eigentlich Fand ich immer richtig geil, dass man hier so schießt Und sich dann selber damit pushen kann War schon ne geile Sache Gibt's aber mittlerweile nicht mehr Kann man mittlerweile auch nicht mehr So Aber was ist hier drin? Vielleicht ein Biggie Oh, Minis Digga, lohnt sich, Freunde Lohnt sich das kaputt zu schießen, oder nicht, ne? So, dann wollen wir mal Richtung Frenzy gehen Gucken, ob da noch welche sind Ist auf jeden Fall gut in der Sorge Muss man das einfach sagen Keine Ahnung, voll Oh Aua Das tut mir leid, Bro Oh, come on Das war Oh, ich hasse diese Waffe so toll, ne? Ey Guten Morgen Wow War das noch von ihm? Er ist doch gestorben Der hat mich voll hochgenommen Nicht schlecht Wow 200, Bruder 200 nicht mehr Und nicht weniger, Minion Boah Der, die Gegner machen jetzt wieder So ein bisschen ernst, ne? Kennt ihr das, wenn die Gegner so ein Bisschen ernst machen? So eine Situation haben wir gerade so Ich guck mal jetzt hier so ein bisschen 360 Grad mäßig Ob wir noch irgendwelche rumschwirren Wie so kleine Fliegen Hm Wo könnten die kommen, Freunde? Da hinten Irgendwie sieht es so aus, als wäre da hinten irgendwas los, Digga Aber hart auf hart Da hinten Sieht eigentlich noch Sieht schon ruhig aus Ja, ich würde schon sagen, dass die eher dann lieber dort sind, ne? Ja Dann gucken wir doch mal, ne? Da ist ich gar kein Hasen Dann gehen wir Ja, wie gesagt Gucken wir mal mal Ah, da hinten habe ich halt gesehen Ich schwörs euch, ich habe da hinten mal gesehen What the What the fuck? Wann baut er so spät? Digga, da werden wir doch pranken Diese Dinger farschen hart, Digga What the Oh Oh mein Gott Ich schwör bei Gott Das ist halt wirklich krank Ich hab's unterschätzt Ich schwöre es euch Ich hab's unterschätzt Er nimmt mich gleich auseinander Es ist Naruto sein Onkel, Digga Naruto sein Onkel, Digga Ohne Witz Wo ist er? Mein Gottes Name Ich verstehe die Welt nicht mehr Dreckiger, Digga Du warst der gefährlichste Mensch Überhaupt gerade, Digga Oh mein Gott Jetzt kommt der andere von der Ecke Jetzt kommt der von allen Ecken Digga Du bist ein Bot Warum übertreibst du so gerade? Warum treffen die auf einmal so? Okay Okay Okay, alles cool Alles cool Chill, chill Ich hab Metze ohne Ende Alles cool Geben wir jetzt mal Oh nee, das hat viel zu viel los hier Viel zu viel los wieder Wirklich Also wirklich unglaublich Und ich schwöre es euch Ich kann es schwören Da war irgendwie Schatz von der Seite, Digga Meine Nase juckt Ich glaube, jetzt werde ich locker abgeknallt Nein Okay, alles cool Boah Das war gerade anstrengend, Digga Dieser Naruto-Modus, ne Gerade von dem Dass er sich verfünffacht hat, ne Das hat mir gerade Übertrieben Angst gemacht, Digga Und ich sehe gerade Da ist nochmal ein Apunimatati Könnten wir eventuell nutzen Für den einen oder anderen Fisch Ich höre Gegner Fliegen Fliegen, okay Okay Ich glaube, wir sollen schon nicht weit sein Oh, schweiß euch Scheiße Nein, 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 nein Woah, woah, woah Woah, woah GG, bro GG, Brody Verzeih mir aber Weil ich aber eher der echte bin Muss das natürlich so sein, wieder Ich habe die ganze Zeit gedacht Die schießen auf uns, ne Dabei ist mir aufgefallen Die ganze Zeit Wir wurden gar nicht angeschossen So, okay Woah, woah, woah Okay Nicht schlecht, Digga Geiler Fight Das muss natürlich auch mal wieder sein, Digga Das den Gegner mal wieder so richtig Um sein Leben ernst macht Darf wir nicht nur diese normalen Leute machen So ein bisschen ernst machen Müssen wir auch mal richtig ernst machen Oh, come on, Alter Wo ist euch der Grab, Ladegar Ich höre ich vermisse ihn Schade, es sind keine Art Oh Komm zu mir Grable, zu mir Grable 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 Komm, komm, komm Bitte, bitte Komm Grable Ich schieß auch Digga, ist das ein Ernst, Bro Scheiße, hab ich fast umgebracht, Mann Ich hab's sogar gehört Oh, ich hasse seinen Looper-Fötter Okay Der eine ist mir einfach One-Shot entkommen, Digga Weil ich halt aufgehalten worden bin Ich hätte ihn, glaube ich, so noch weggelasert, ne Aber, naja Warte, wait, wait Ich hab doch gerade irgendwen gesehen, ja Ich hab kein Auto-Aim auf dieser Range Aber eigentlich auch Wayne Jo, das hat echt Balls, Mann Muss ich schon echt sagen Ah Tschö, tschö, tschö Ah War nicht so stark gerade von mir Mach ja War so klar, dass du das machst, ne Das war so easy predictable Weil ich hab wo Eid in der Allerwächte Bin Okay, was Wo Du hast gar nicht den Grappler gehabt, oder Wie soll ich das verstehen Boah, ich will das quälen Ist doch draußen mal geiler Seitdem es auch keine Traps mehr gibt So Ne, der hatte gar nicht Der hatte gar nicht den Grappler Ich hab gedacht, der hatte den Grappler gehabt Naja Wollen wir mal gucken, ne Fünf Shots und 33 da Und ich glaube, der eine hat sich da was gebaut Und der andere ist hier Boah, Bruder, verzeih mir Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Oh ja Der beste Mann haut einfach ab, Digga Oh, er kennt so froh sein, dass es ein Blumen-Game gibt, ne Wo ist mein Grappler, Digga? Wo ist dieser Grappler? Hm Komisch So Wir haben noch zwei Oh, ne, ne Er hat Winkel auf mich Oh, ne Alles cool, alles cool Er pusht dich als Ehre, Mann So, move mit Komm her Ah Moin, Leute, Digga Du hast auch den Grappler Sag mir nicht, der letzte Gegner hat den Grappler Was ist das für ein Schicksal, ne Jetzt muss ich den stärksten aller stärksten bekämpfen Also vom Looter ist er der absolute krankeste Weil er einfach den heftigsten Vorteil hat Und zwar ein Grappler Okay Ich hab einen Metz ohne Ende dafür Zwei Trampos, was natürlich auch nicht schlecht ist Hm Ich muss ja herausfinden, wo ist denn der letzte Oh, da liegt ein Biggie auf random Ich hab auf einmal Musik, Digga Was ist denn das denn? Wo kommt die Musik auf einmal her? Nein Nein Ist nicht euer Ernst Digga, was hast du im Geheimversteck? Ey, Digga, entspann dich doch mal Nein, 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 ich wollte dich mitnehmen Verzeih mir Komm her, komm her Nein, nein, nein Komm her Komm her, komm her, komm her Komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm, 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 komm Ich hab keine Zeit mehr Ich verzieh dich Okay Okay, die Sonne kommt, die Sonne kommt, die Sonne kommt Loll Also den Spot kannte ich nicht Es war höchst interessant Und es war eine schöne Erfahrung auf jeden Fall Aber ich muss wieder los Unnötig leben, nur verloren Oh mein Gott, Digga So dreckig, ne Bist so, oh, du bist so dreckig, ne Wie kann man so dreckig spielen Das war echt heftig, was er gerade gemacht hat Er hat mir auch echt erheblichen Schaden zugegeben Muss ich mir echt zugeben Auch mal seiner handheldigen Ader gerade, ne Ja Ja, ja, absolut schlau, Digga Komm Absolut, ich höre absolut schlau, Digga Absolut schlau, Digga Gegen den Legacy Boah, was hat das denn für ein Fehler gerade Gegen den Legacy Hero Apo R.I.D. Drum zu schwören wie eine Fliege Wirst du 19 Kills, Freunde 19 Kills, Digga Fasten 20 Bombs sogar Apo R.I.D., der Allerechte Haut immer wieder die Kills raus, Freunde Wie am Fließband Man kennt ihn, Freunde Man kennt ihn auch Echt Nie Anders Dankeschön Danke Ja Der Allerechte Meist immer Oke Off 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 Bis zum nächsten Mal.